Kekoriki, yeah, guckt euch mal mein krasses Money an. Ich bin, wie sagt man, ich bin das Money voll am Hefen. Ja, ja, ich helfe das Money und so. Ja, wisst ihr Bescheid. Gut, ähm, hier dürft ihr alles Sprengklaut, also schon gesprengtlaut haben. Das ist sehr schön. So. Tschüss. Was haben wir denn hier? Oh, Cranberries. Oh, die kann ich alles schön verkaufen. Fürs erste jedenfalls. Oh, hier unten ist was fertig. Perfekt. Das heißt, ich werde sehr viel Geld heute machen. Das finde ich schön. Das gefällt mir. Und ich habe sogar einen Brief. It's Blackberry season right now. The bushes are full of them. I want to pick some, but I lost my basket. Can you help? Okay. Cranberries. Ähm. Okay, wir sollen Linus dabei finden, seinen Basket zu finden. Also seinen Korb. Ich bin mal sehr gespannt. Ich gucke mal ganz kurz. Gut. Ähm. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt hier organisiere. Ich tue erstmal das ganze Hotpepper rein, denke ich. Ja, machen wir das erstmal. Full of Hotpepper. Passt du. Waschliebe ist, dass das hier alles automatisch bewässert. Das ist so eine Wohltat. So. Nein. 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 So. Schön. Dann macht mal weiter. Ihr kleinen Dinger hier. Okay. Ähm. Hu hu hu. Dann tun wir das hier wieder rein. So. Schön. Ähm. Da, bei dem. Da hatte ich eigentlich schon fast alles, was ich auf der Farbe erledigt heute. Ich finde das so nice mit dem Bewässerungssystem. Das ist das Beste. Das ist so entlastend einfach. Hm, 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 hm. Da kann man sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Stimmt, du kleinen Snacker. Oh, wie sie das einfach mal das Gras weg gesnackt hat. Habt ihr das gesehen? Warte mal, ich könnte Englisch noch. Sekunde. Hey Mädels. Ich hab euch alle so lieb. Und eure Eier. That's what she says. Okay. Peace ass, Loretto. Ähm. Bock. Okay. Ähm. Snack. Snack. Ich liebe das, wenn sie so rausrennen und sich auf das Gras drauf stürzen. So voll krass. Okay. Lep, 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 lep. Komm, ich hab jetzt mal übrig. Wie schnell es heute alle geht, ne? Dann hast du 30 Stück. Lep, lep, dann ist es weg. Hm. Dann tue ich erstmal alles hier rein. Gut. Die Eier schmeiße ich in den Kühlschrank natürlich. Ich bin so vorbildlich. Okay. Ähm. Ja, wir brauchen einen Basket. Für den lieben Linus. Den müssen wir finden. Mh. Ja. Ich überlege noch gerade Dinge. Oh, hi. Eine Hazelnut. Aber so Haselnüsse werden jetzt auch geil. Puh. Jetzt wird es ja ganz schön windig, finde ich. Huuu. Was gibt es hier eigentlich? Kein Posting today. Hey. Hey, hey, hey. Hi, wie es geht. Okay. Ähm. Bock, schock, eggplant, seeds, charm. Hm. Machen wir nochmal zweimal die. Weil wir so lustig sind. Okay. Die Frage ist natürlich jetzt zu, wo der Basket von Linus ist, ne? Ich meine, im Notfall könnte ich einfach nachgucken. Aber erstmal, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir auch Linus. Und er kann uns eventuell auch einen Hinweis geben. Ich glaube nicht, aber ich tue mal so, als ob. Ich glaube, ich habe gerade total falsch. Yay. Witzig. Du, du, du. Lauf dir lang, mir. Latsch zu. Okay. Ähm. Kann ich eigentlich auch hier hacken? Nein. Das ist schön. Nicht. Linus, du oller Haudegen. Typie. Äh. Ja, keinen Scheiß machen, ne? So, äh. Was habt ihr denn für welche? Ich habe da eine coole Frisur. Coole Frisur. Oh. Ich habe Blackberry-Us gesammelt. Hm. Linus. Linus, wo bist du? Hm. Aber. Hm. Ich glaube, die Blackberry-Us zeigt mal. In Formen-Dingens. Linus? Nein. Wo ist er denn? Sucht er jetzt überall nach seinem Korb? Oh, Mann. Vielleicht ist er auch unten. Ähm. Im Wald. Oder irgendwo am Strand. Ich hätte jetzt zu gerne mit ihm nochmal gesprochen, aber er scheint hier gerade wirklich nirgendwo zu sein. Na gut. Ist ja auch nicht schlimm. Hm. Oh, mir wird richtig kalt, wenn ich das so sehe. Äh. Ich laufe gerade alles ab. Nach diesem Streuschern. Yeah, Blackberry. Hm. Okay, aber Oliva und Linus ist immer noch keine Spur. Hm. Ich weiß nicht, geh einfach mal in den Wald. Vielleicht finde ich da ja was. Ich habe nämlich keine Ahnung. Oh. Katze, ich mische gerade durchgeheben. Huh, wuh, 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 wuh. Äh. Ah. Big. Meins. Meins. Kann ich das ja eigentlich auch zuhacken? Nee, hä? Nee, das geht auch nicht. Doof. Na gut. Dann ist dem halt so. Das ist kinder creepy. Aber Halloween-Deko. Na gut, dann ist es okay. Dann darf er weitermachen. Gut, ich suche über die Blackberries. Hui. Blackberry, Blackberry. Damals waren Blackberries voll die guten Handys. Und jetzt sind es Äpfel. Damals waren es die Blaubeeren. Nee, die, die. Ich weiß gar nicht, wie nennt man die. Die Schwarzbären. Nennt man Blackberries Schwarzbären? Das klingt so kacke. Hey, du. 1, 2, 3, unnäure Messerbeginn. Ey, hier möchtest du hier auch Marmelade? Das ist scheiße. Weißt du, wer Scheiße ist? Du bist scheiße. Puh. Hier kommt die an einer Marmelade rum. Ich bin im falschen Film hier. Die sind so undankbar hier, die Leute. Es tut schon fast weh, so undankbar sind die. Das sollte denen wehtun. Was? So, ähm. Fällt nicht mal ein paar Bäume hier. Was ich Bock drauf hab. Fuck. So. Ich suche generell... Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, suche ich gar nicht nach dem Basket von dem lieben Linus. Ich suche eigentlich gerade mal oder weniger auch. Ah. Oh. Ich suche mehr oder weniger halt auch nach Blaubeeren. Nach Schwarzbären. Ich weiß gar nicht, wie nennt man denn die nochmal? Ich hab die damals vorher gerne gegessen. Jetzt weiß ich gerade den deutschen Namen davon nicht. Die Bären halt ich jetzt alle. Ihr wisst schon. Wie da. Oder hier. Komm her. Kann ich ja wieder schön einlegen. Daraufsteh ich. Boah. Ich dachte, dass er am Basket wieder hat, hab ich ja schnell alle Blaubeeren weggepflückt. In der ganzen Stadt. Das wäre auch relativ traurig. Aber naja. So ist das Leben. Ja. Das noch mehr. Ha. Alles meins. Alles meins. 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 Daisy. Tropic. Tropic. Tropiclip. Soll ich ne Daisy nehmen? Was steht? Like a little palm tree. Ähm. Jetzt hab ich ne Blumen im Haar. Es bin voll das krasse Blumenmädchen. Yay. Das hab ich sinnlos tausend ausgegeben. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Aber egal. Das hab ich getan. Irgendwie sieht's. Naja. Mir wär's lieber, wenn's irgendwie farbisch gewesen wäre. Aber es ist einfach nur ein Gänseblümchen. Für ein Gänseblümchen. So viel ausgegeben. Wahnsinn. Naja. So. My master begin. Ich brauche den ganzen Schritt hier. So. Ich will irgendwas machen. Ich haue mal die ganze Scheiße runter. So. 17. Manchmal so schlecht. Ah. Man braucht es halt, ne? So. Ich bekomme richtig so ein frisches Gefühl, wenn der Wind hier so weht. Das ist krass. Das ist voll krass, die Psychologie. So. Hier auch noch ein bisschen. Da liegen auch schon die ersten Blackberries wieder rum. Ja. Wenn ich gucke, dann einfach dann offscreen nach, wo der Korb von Nino zu ist. Weil ich hab Angst. Gerade bei solchen Sachen. Dass ich ihn so spät finde. Dass er ihn vielleicht gar nicht mehr braucht. Und dann die Quest irgendwie schon vorbei ist oder so. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Ich will mich ja mit Linus gutstellen. Ich mag doch Linus. Linus ist mein bitter Freund. Der ist nicht so diesen ganzen Konventionen irgendwie ergeben. Wie die anderen. Die so scheiße sind. Viel Holz hab ich eigentlich inzwischen schon wieder zusammen. Müssen auch wieder knapp 100 sein. Ja. 150 sogar. Sehr gut. Müsste ich so langsam wieder hinkriegen, dass ich nochmal zwei von diesen Dingern da hinstellen kann. Das müsste dann hoffentlich erstmal reichen. Ja, ich fälle jetzt erstmal ganz viele Bäume, die man unschwer erkennen kann. Ja, ich brauche halt immer unheimlich viel Holz, weil ich halt eben daraus auch die Kohle mache, die ich zum Einschmelzen und zum Herstellen von allen möglichen brauche. Deswegen ist das schon ziemlich wichtig, dass ich eventuell auch bald meine Axt noch abgrade. Idee. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Oh. Blaubeeren. Hm. Blaubeeren. Was Blackberries sind. Ich sag immer Blaubeeren. Das ist falsch. Bitte tötet mich nicht. Das ist wie bei anderen gewissen Displayern, die immer Silber sagen. Da war er bei Eisen. Nein. Da regen sich glaube ich auch immer viele Übers drüber auf. Dann schlägt man immer so, oh Leute, kriegt ein Hobby. Sucht euch ein Hobby. Mein Hobby ist es rumzuhäumen, wenn jemand was falsch sagt. Na gut. Dann ist das halt euer Hobby. So. So viel dazu. Gut. Oh, ein Pilz. Rup. War ich hier schon mal? Das sieht auf einmal alles so aus. Hä? Achso, das ist Unkraut. Witzig. Dann doch doch. Okay. Ich habe bestimmt jetzt irgendwie... Ein paar Bücher habe ich bestimmt übersehen, weil ich so komisch jetzt hier gelaufen bin. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Und dem ist jetzt halt so. Und da kann ich jetzt nichts dagegen tun. Warum kam ich hier nicht vorbei? So eine Scheiße aber auch. Gut. Dann gehe ich jetzt zurück. Ich bringe die Hühner rein und verkaufe auch das ganze Jelly und so. Schauen wir mal. Also die Hühner dürften schon drin sein. Das sind die Hühner. Wir dürfen schon drin sein. Und so. Okay. Alles klar. Das habe ich dabei. Mal. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. So. Na komm. Thanks. A lot. Okay. Habe ich hier irgendwo noch die Kohle? Dankeschön für die Kohle. Oh, das reicht sogar. Instant. Cool. Eins, zwei. Gut. Cool. Nice to, nice to, nice to. So. Fertig. Jetzt habe ich hier die Reihe vollständig. So muss das sein. So muss das aussehen. Gut. Schön. Gut. Achso, ja. Die muss ich natürlich auch noch einpflanzen. Wir haben ein Tier. Darf ich natürlich auch nicht vergessen. Das muss auf jeden Fall weg. Das kann ich auch noch verkaufen. Ja, die von mir aus auch. Ein paar Fibers. Und ja, scheiß drauf weg mit der Hasselnuss. Ha, ha. Ha, ha, ha. Hä? Hatte ich nicht vorhin zu 100? Sonst da was Holz? Wo ist das ganze Holz hin? Achso, ich habe ja jetzt gerade noch die Dinger gebaut. Okay, ich habe nichts gesagt. Manchmal ist man so ein bisschen verwirrt. Manchmal meine ich immer. Oh, hier oben ist auch noch Holz. Witzig. Ähm. Hm. Ich bin nicht gerade, wo ich hier was einsortiere. Äh. So, und hier kann ich schon noch was mit reintun. Okay. Ich habe übrigens auch ein neues Rezept gelernt auf Screen, als ich da war. Ich habe nämlich noch am letzten Mal am Abend noch schnell in den Fernseher geguckt. Und ich habe jetzt gelernt, wie man Tortillas macht. Aus Korn. Habe ich Korn überhaupt noch? Oder habe ich das in meiner Intelligenz schon alles verkauft? Geil. Okay. Ja, gut. Gehen wir schlafen. Ja. Komm. Ab ins Bett mit uns. Mein langer Tag. Wir haben die nur einen tollen Basket natürlich nicht gefunden. Äh. Warp Totem. To the Mountains. Wild Seeds. Cool. Huh. Wow. Wow. So wenig? Das ist irgendwie traurig. Huh. Na immerhin ein bisschen was. Oh Mann. Das dachte ich mir auch. Neulich. Im Bremerhaven. Was? Ähm. Bewässert mal schön, ihr kleinen Bewässerungsdinger. Oh. Slash Tutorials. Tutorials. Genau. Tutorials. Tutilias machen. Meine Güte. So. Alles hier geerntet. Sonst noch irgendeiner, der Bock hat? Hier. Ihr seid ja lustig. Alter. Viele Cranberries, die einfach rauskommen. Das ist doch der Wahnsinn. Na gut. Ähm. Gut, die kann ich ja mal einfach mal verkaufen, oder? Ähm. Mach ich einfach mal jetzt. So. Ähm. Dear Susan. One week from today, we are holding the statue really fair in the town square. It's the biggest event of the year. Ähm. Travelling people from all across the country in a humble town. If you like, you can set up a crunch display for the event. Just bring up the best showcase your talents. We will. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Das kann ich nicht. Was hab ich denn bitte für Talente? Ich kann doch gar nichts. Ich bin talentlos. Wie eine Murmel. Und selbst Murmeln haben mehr Talent als ich. Sie können rollen. Wobei. Wenn ich viel esse, ich auch. So. Ich will das nicht essen. So. Ich rede mal mit euch. Ja, was geht ab, was geht ab. Back, back, back. Back, 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 back. So. Hoi, 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 hoi. So macht ihr euer Ding, ne? Ihr könnt das snacken. Na? 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 Los. Snackt. Snackt. Krass, wie sie das machen. So, okay. Schön. Wir haben nicht so viel Geld. Das macht mich wieder mal ein bisschen traurig. Na komm. Das ist mal hier rein. Ich denke der Karte nach. Scheiße, sie denkt nach. Warum tut sie das? Ich verkaufe die mal. Das ist einfach ein Grund, weil Geld. So. Und wir brauchen halt... Ja, ich gehe wieder in die Minen. Das ist schlimm mit mir. Ich weiß. Ich bin so mean. Ich gehe in die Minen. Ähm, die Hoi nehmen wir mal mit. Die Axt braucht man nicht. Das brauchen wir natürlich auch erstmal nicht. Okay. Ja, komm. Die Fried Egg nehmen wir mit natürlich. Gut. Dann würde ich da vorschlagen, dass ich da mal ein bisschen Amok renne wieder. Ah. Ja. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Stimmt's, Kyoto? Ja. Kyoto weiß, was geht. Und ich muss halt eben auch gucken, dass ich langsam auch... Ja. Ein paar neue Gebäude hinsetze und so. Also, ich gucke mal, dass ich jetzt erstmal wieder halbwegs... Oh. Viel zusammenkriege. Oh. 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 Krass. Karus Karas. Boah, die Pilze bringen... Ah, ist doch ein goldener Pilz. Hör doch auf. Ähm. Na, gucken wir mal. Ah. Hey. Die, was? Die sind nachgewachsen? Ich hab doch gestern die Erstwäsche geerntet. Ich muss mir sagen, die wachsen jeden Tag nach. Hör, wör, 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 wör. Oh. Blackberries? Blackberries every day? Ist das euer Ernst? Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Can't handle it. Es sind ja auch noch Blackberries, die ich will echt untersuchen muss. So, Streuscher und so. Ich weiß es nicht. Oh nein, kein Blackberry-Strauch. That makes me cry. Ach, dann gehen wir jetzt hier mal rein in die Mine. Ich hätte natürlich auch wieder meinen Mining-Card nehmen können. Aber dann hätte ich natürlich nicht so krass entdeckt, dass ich die Blaubeeren, äh, Schwarzbeeren, die Blackberries wieder ernten kann. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Pff, 50? Ich brauche mal ein bisschen Eisen, Babe. Gib mir Eisen, gib mir Eisen. Ah, Eisen. Da bin ich ja voll richtig. Ach, was willst du denn? Äh, das denke ich mir auch immer. Mensch, die Arbeit, äh, die Aufgaben bei einer Arbeit sehe. Äh, fahr schon auch immer so zusammen. So, cool. Geht auf jeden Fall ein bisschen was zusammen. Haben wir sogar schon ein Eisen-Born zusammen. Oh, noch ein Körper. In your face. So. Ja, ist alles ein bisschen einfacher noch. Finde ich nice. Aber, ja, ich denke mal, Goldweil, weil die Spieler noch genug Möglichkeiten haben, das abzufangen. Ach, was bist du denn? Was wird denn da? Oh, ich hab mich doch am Arsch. So. Schwabbel, 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 Schwabbel. Oh Gott, sind das viele Schwabbel. Ah, tut mir alle nix. Ah, 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 ah. Und da von hinten. Ah, ich kann mich nicht mehr an. Da kommt von hinten. Ah, ah, ah. Hallo, drehe ich mal um, danke. Oh, Alter. Das Spiel fack mich manchmal so ab. Jetzt. Ah, ich bin zu gut für alles. Macht Spaß. Okay, ähm, schauen wir mal schon. Sieben Eisen. Acht. Schön. Und Quarz natürlich. Ähm. Und noch mehr Quarz. Hm. So. Cool. Geht da schon fast so ein bisschen was wie voran. Cool. Ah. Ich seh schon, ich schmeiß doch den Level hier. Inzwischen. Mit meinen krassen Kampferfahrungen oder so. Alter, du mir einfach mal auf den Keks gehst. Wir haben ja alle einfach mal auf den Keks gehst. Besonders du. Den, den ich nicht angreifen kann, aber eher mich. So. Hier oben irgendwas? Nein. Gut. Okay, das können wir auch mal mitnehmen. So, alle tot. Alter. Wie viele Gänge hier nach unten sind. Wird da schon Firmestimme zugeschüttet. Na gut. Fangen wir einfach mal an. Mit der Ernte. Ach, ich wünsche es das einfach mit Gold. Kommt noch. Kommt noch. Ich weiß nicht, ob es noch kommt, aber ich hoffe es einfach mal. Hm. Hm. Ich könnte schon fast vier, ähm, Eisendinger machen. Sehr nice. Ähm, ist hier sonst noch irgendwas? Äh, hier unten noch? Nö. Vielleicht müssen wir uns hier nochmal draufschlagen. So, dass ich einfach noch ein bisschen was zusammenkriege. Aber sonst, na gut. Gehen wir weiter runter. Oh, heute noch, Junge. Wir haben nicht ewig Zeit. Danke. Wow, eins. Hm. Ich renne hier ein bisschen durch. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Aber wir haben ja nicht ewig viel Zeit hier, ne. Hm. Geht so, ne. Hoch. Hm. Ah, hoch. Ich springe es aber hoch. Stop that. Äh. Ha. Ha. Gehen wir mal hier lang. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch was gesehen gehabt. Ach, da. Quatsch. Das ist schon mal nicht schlecht. Und Eisen. Popeisen. Und einen, ja, Atestein. Nice. Ach, ich muss wirklich auch meinen Rucksack mal vergrößern. Alter, wenn ich mit einem Schlag die einfach kaputt mache, weil ich so geil bin. Nein. Ich mache sie einfach nur kaputt, weil ich meine Spitzhacke so gut aufgerüstet habe. Aber nein, weil ich geil bin, klingt besser. Also, hier war es schon oben, ne. Ich renne gerade, glaube ich, so ein bisschen dämlich im Kreis. Hm, wie geil. Ähm, habe ich schon irgendwie eine Leiter nach unten gefunden? Nee, hä? Na gut, dann machen wir mal. Ich muss eigentlich auch mal die ganzen Geoden, die ich hier habe. Och, komm, bitte. Na, komm, bleib da. Danke. Muss ich auch alle mal abgeben. Es ist irgendwie voll befriedigend, die alles mit einem Schlag kaputt machen zu können. So, bam, bam. Oh, ja. Darum hätte ich gerne eine goldene Spitzhacke, da würde es noch besser gehen. Darauf würde ich schon ein wenig stehen. Auch generell, wenn wir weiter mal runter kämen. Wie ich mich kenne, war bestimmt irgendwo schon der Weg nach unten. Ich habe es irgendwie voll übersehen. Ah, okay. Nehmen wir einfach den. D-B-D-B-D-B-D, ich bin falsch rumgedreht. D-B-D-B-D, ich töte euch trotzdem alle. Ihr macht mir Angst. Besonders du. Jo, danke. Hm. 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 Lass mal alles gucken, was da ist. Dann gucken, was nicht da ist. Ob er sein könnte. Ha. Hallo. Wow. Gar nichts. Ich mag dieses Level. Wow. Das ist irgendwie voll doof. Ah, ich kann nicht mal... Ich zerschlage einfach alles und hoffe, dass... ...irgendwo was dabei ist, was ich gebrauchen kann. Wie hier. Oh, eine Träne. Die nehme ich. Frozen Tear. Frozen Tear. So. Ich fühle mich so übers Mighty. So, cool. Ich kann schon fast sechs Stück machen von Eisendingern. Das ist gar nicht mal so bad. Oh, da geht's auch gleich weiter runter. Ein bisschen Kohle hab ich gefunden. So ein bisschen Schlaffenland hier. Ich seh schon. Hier, das will ich natürlich auch noch mitnehmen. Perfecto Manico. Läuft doch gerade relativ gut hier, würde ich mal so behaupten. See you. Bis dann auf einmal man eine Fledermaus hört. Geh weg. Ähm. Und noch eine. Wow. Oh, ich stehe einfach mal so One-Hit, weil ich so krass bin. Schwabbelst. Das ist schon, Mädel. Oh. Wo ist ein Tier? It's all mine. Ja. Okay, das war's. Na gut, dann gehe ich weiter. Okay. Auf jeden Fall schon mal weiter. Ähm. Oh. Oh. Ähm. Ja. Ah. Oh Gott. Oh. Gold. Welch eine positive Überraschung. Ich mag auch die Rohse-Mänzchen ein wenig, weil die, naja, Kohle-Tropfen heißt. Natürlich, da jetzt, wo ich es gerade zeigen wollte, tropft keiner. Das ist natürlich, muss sein. Mh. Komm. Alter. Ich will einfach mal alle direkt auf mich drauf sind. Puh. Witzig. Das werfen wir mal weg. So. Ja, hier gibt's genug Möglichkeiten, runter zu gehen. Ich will aber noch alles ausschöpfen. Wow. Gar nicht mal so schlecht. Okay, da, okay, da, okay. Wow. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Nein, guck, wo muss ich immer mit Augen zu machen in Let's Plays? Aber da hätte ich die Augen mal aufmachen müssen. Ach Gott, was willst du denn? Du nervst. Okay, dann werden wir hier auch schon durch, ne? Boah, man fühlt sich so obermeschig, wenn man immer nochmal so auf frühere Ebenen geht. Aber ich brauche halt eben das Eisen. Für Upgradies. So. Und auch so ein bisschen Steine sammeln. Das ist auch ganz praktisch. Immer mal so zehn Steine zwischendurch. Hat, denke ich mal, auch was. Hm. Hm. Oh, und sogar zweimal Gold. Gar nicht mal so schlecht wegen dem Gold. Wir haben jetzt hier schon vier Stück Gold, nur wegen diesen nervigen Fischern gesammelt. Schon fast ein Wochen. Oh. Oh. Ähm. Oh. Mikusra. Okay. Oh. Kleiner Schwabbel, 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 Schwabbel. Und Quarz einsammeln. Und abbaun. Boah, ich bin mir gerade so ein bisschen wie im Schlafenland. Ein weißes, fluffiges, kaltes Schlafenland. Nice. Ja, hier waren wir schon. Na gut. Mal gucken, was wir noch so mitnehmen können. Was soll ich auch die ganzen hier Aquamarin und Yard und so mal verkaufen? Ich weiß nicht. Ich hatte immer Angst, dass man irgendwas noch braucht, wisst ihr? Äh. So. Oh. Oh. Es ist schon... Oh. Ähm. Lief dir mal. Ab. Ins Bett mit uns. Huh. Huh. Tampost ab. Ich würde mal sagen, wir beenden dann jetzt gleich die Folge. Und ich kümmere mich dann mal um die entsprechenden Info... Oh. Scheiße. Info mal. Leck mich doch am Arsch. Ich bin jetzt... Ah. Weißt du was? So. Deine Mutter. Ähm. Ja, ich werde mich jetzt immer noch um entsprechende... Um entsprechende Informationen noch kümmern, wo dieser lustige Basket von Linus sein sollte, könnte. Und dann mal gucken, ob wir uns darum dann in der nächsten Folge kümmern. Bis dann sage ich, schau, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, you made it, please. Ja, du well, ey. Bye. Hallalalalalala. Und so. Ja. 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 Bye.